Heiko Kalbach, im Herzen ein Netty von Kai Gedan, mit Ansage übrigens auch an mich. Ich bin gespannt. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Video auf meinem Kanal. Ganz nach dem Motto, wer auszahlt, der muss auf jeden Fall auch einstecken können. In letzter Zeit ist es irgendwie ein bisschen zum Trend geworden, sich über Natural Bodybuilder auf YouTube lustig zu machen. Dementsprechend möchte ich heute so ein bisschen zurückschießen. Das ist Heikos Content, lustig machen. Ich mache mich nicht lustig, ich reagiere auf euch. Das ist was anderes. Ich mache mich nicht lustig. Ich mache mich über deine Brust und deine Vlogs lustig. Naja, egal. Ich halte jetzt noch meine Maul und gucke jetzt, was der Gedanius zu berichten hat. Klar, den ein oder anderen Scherz zum Beispiel auch von Williams an der Seite über meine Brust oder über andere Sachen. Kai, warte mal. Unglaublich, Alter. Du hast es geschafft, ins Fernsehen, bei der ARD. Ich brauche Essen und dann stehe ich vorm Spiegel. Und das ganz ohne Brust, wie geht das denn? Den kann ich auf jeden Fall nachvollziehen. Aber wenn man dann sinnlos auf erfolgreichen Natural Bodybuilder... Okay. Gerade nachvollziehen finde ich stark. Kai, sehr stark. ...Bodybuilder rumhackt, wie es jetzt zum Beispiel auch bei mir der Fall war oder zum Beispiel bei Patrick Deutsch oder bei Sepp. Da muss man irgendwann mal die Reißleine ziehen. Denn sinnlos, irgendeinen Schwachsinn zu verbreiten, um irgendwie Klicks zu machen, das ist dann natürlich auch nicht Sinn der Sache. Gerade bei Natural Bodybuilding gerade so eine aufsteigende Szene ist und immer beliebter wird. Versuchen, die irgendwie so abzureißen oder einfach nicht zu respektieren, finde ich da irgendwie ein bisschen falsch. Und dementsprechend kommt heute auf jeden Fall ein Reaktionsvideo. Hauptsächlich natürlich auch King Kalle. Der hat nämlich auf mich reagiert und da auf jeden Fall zahlreiche Sachen erzählt, wo ich auf jeden Fall nicht zustimme. Ja, man muss ehrlich sagen, das Video war von Kalle sehr, sehr, sehr amüsant. Davon gibt es ja auch eine Reaction von mir. Kalle hat unfassbar übertrieben, aber das ist halt Kalle. Ich würde mir sowas überhaupt nicht zu Herzen nehmen, wenn ich ein Naturalsportler wäre. Mir würde das am Arsch vorbeigehen, was ein Opa über mich erzählt, der sich über alles abfuckt, was nicht 135 Kilo auf der Bühne schwer ist. Dementsprechend starten wir mal direkt rein mit dem Video. Eigentlich mache ich nicht solche Reaktionsvideos, denn bei mir auf dem YouTube-Kanal geht es hauptsächlich darum, Muskulatur aufzubauen. Ich möchte euch auf jeden Fall weiterhelfen, wenn ihr die einen oder anderen Probleme habt, wenn ihr stagniert, wenn ihr Schwachstellen habt, euch da auf jeden Fall die nötigen Tipps an die Hand zu geben, damit ihr auf jeden Fall Fortschritte macht und vor allem auch Muskulatur aufbaut. Ich würde sagen, wir starten aber jetzt auf jeden Fall mal rein ins Video. Wie schon gerade gesagt, geht es um den King Kalle. Der hat nämlich auf mich reagiert und sich zu mir und meiner Form und meiner Muskulatur und dem, was ich halt eben so mache, geäußert. Und klar, ich kann natürlich viele Sachen, nehme ich mit einem gewissen Humor, verstehe das auf jeden Fall als Spaß. Finde es lustig, auch bei William zum Beispiel, der sich regelmäßig über meine Brustmuskulatur lustig macht. Ich kann da auch nur drüber lachen, weil es halt offensichtlich nicht stimmt. Aber das Traurige ist auf jeden Fall... Was? Es stimmt nicht? Und das ist nicht auf meinen Mist gewachsen, Kai. Das ist diese scheiß Dynamik hier oben in diesem Chat. Ja, die stift mich hier an. Auf jeden Fall, dass viele Leute halt eben wirklich daran glauben und mir dann zum Beispiel auch eine Gerne schreiben und sagen, Kai, stimmst du dem auf jeden Fall zu? Oder was sagst du dazu? Und viele Leute verstehen eigentlich gar nicht, dass es eigentlich nur Unterhaltung und Comedy ist und da eigentlich mehr oder weniger gar nichts... Ich finde es aber stark, dass Kai es wenigstens versteht. Aber dennoch hat er keine Brust. Um einerseits mal klarzustellen, was die Sache ist und natürlich auch andererseits ein bisschen den natural bodybuilding Sport wieder ins richtige Licht zu rücken. Wie kann ich Kai ein Timeout verpassen? Und natürlich die komplette Szene so in der Richtung zu schützen. Ich denke mal, bei Bodybuilding ist sehr, sehr stark gekommen und da gibt es auf jeden Fall ein paar Personen, die sie nicht verstehen wollen oder die halt eben den Hype nicht gerechter finden. Ey Freunde, bei allem Humor, den wir machen, bitte bleibt dennoch respektvoll, bitte im Chat, ja. Jetzt zu schreiben, Segelohren und sowas, das ist nicht lustig, das ist kindisch. Ja, das ist Schwachsinn. Bleibt respektvoll, Freunde, bitte. Hatet ihn wegen seiner nicht vorhandenen Brust, das ist schon in Ordnung. Auf alle Fälle, weil soweit habe ich mich dann tatsächlich nicht eingelesen, weil so eine Typen interessieren mich eigentlich gar nicht. Dann frage ich mich aber, warum machst du Videos ständig über die Typen? Warum machst du dein Video darüber und erzählst einfach irgendwas, wo du selber sagst, dass du dich dann nicht auskennst? Und zwar dreht sich das hauptsächlich, was ich so aus dem Video herausgelesen habe, um das Thema natural bodybuilding. Denn er hat zum Beispiel bei mir auch gesagt, dass ich erstmal richtig Masse aufbauen muss. Der muss richtig Fleisch anbauen, damit das überhaupt wirkt, ne. 160 Kilo wiegen muss, damit da ordentlich was drankommt. 1,95, keine Ahnung, müsste 160, über 160 Kilo wiegen. Ich gucke das Video von Heiko letzten Bananasguck am Freitag, ne. Das war einfach nur legendär, Mann. Genau auf Season, um bei wirklichen Bodybuildern mithalten zu können. Aber ich bin ein natural Bodybuilder, wiege momentan in meinem Off Season 120 Kilo. Und da geht jetzt auch nicht mehr so viel. Denn im natural Bodybuilding, für die Leute, die es nicht wissen, nimmt man keine Steroide. Und dementsprechend ist da eben relativ schnell Schluss. Klar, wenn ich jetzt anfangen würde zu stoppen, dann geht es natürlich hoch. 160, 70, 80 Kilo. Aber das ist mein... Auf 160, 70, 80 Kilo? Hör mal, Kai, geht es dir noch gut, Junge? Was ist denn mit dir los? 160, 70, 80 Kilo, Mann. Hör mal, Freundchen. Mein persönliches Ziel eben nicht. Das werde ich auf jeden Fall auch gleich erklären, warum. Und zwar einfach nochmal einzugrenzen. Natural Bodybuilding, da nimmt man keine Steroide. Und bei dem richtigen Bodybuilding, wie es Kalle nennt, da nimmt man dann auf jeden Fall Steroide und kann natürlich auch in ganz... Warum reagiert Kai überhaupt auf Heikos Reaction? Damit macht er sich ein bisschen lächerlich. Ich werde dir jetzt sagen, warum. Weil es zieht Klicks. Es hat jetzt im Schnitt nach einem Tag hat das Video mehr Aufrufe als Videos nach ein, zwei Monaten. Beef und solche Geschichten ziehen immer Aufmerksamkeit. Klicks, die Leute sind interessiert. Die Leute sind sensationsgeil. Irgendwo ist das auch ein bisschen Unterhaltung. Das Video ist auf vollster Lautstärke, Freunde. Kai hat einfach kein Mikrofon. Er sitzt weit weg vom Mikrofon. Deshalb macht er es. Bei anderen Dimensionen spielen viel, viel mehr Muskulatur, viel, viel mehr Masse, viel mehr Freak-Faktor. Aber der ist natürlich logischerweise offensichtlich im Natural Bodybuilding nicht gegeben. Und da braucht man sich dann auch erstens mal nicht darüber lustig machen, dass sich jemand eben fürs Natural Bodybuilding entschieden hat. Und dann auch nicht darüber lustig machen, dass er eben nicht so viel Muskulatur hat, wie die Bodybuilder, die eben unterstützen. Das möchte ich hier auf jeden Fall mal ganz klarstellen. Denn Kalle, es gibt auch einen anderen Sport, der nennt sich Natural Bodybuilding, wo man keine Stehoide nimmt. Ich glaube, das hat der Kalle noch nicht so verstanden. Ich hoffe, du lernst es auf jeden Fall noch. Denn dann kannst du dir zum Beispiel auch eine Meinung von mir dann in drei Jahren bilden, wie du es dann eben selber gesagt hast. Da dominieren die Beine, die Arme fallen steig ab. Ich sehe dann auch, wenn er so hart ist, da ist gar kein Arm mehr dran. Der ist einfach nur... Dann starten wir mal rein mit speziellen Muskelgruppen. Ich hoffe so sehr, dass Kai Manns genug ist und den richtig zur Rede stellt, was das sollte da in dem letzten Part mit Leonis Arsch. Ihr könnt euch nur erinnern, weil das war von Heiko, das war wirklich respektlos. Und zwar hat Kalle einmal gesagt, dass meine Arme steil abfallen. Da möchte ich auf jeden Fall sagen, meine Arme sind schon eine relativ starke Muskelgruppe bei mir. Ich habe über... 50er Arme. Für alle Leute, die es nicht glauben, ich blende hier oben meine Infokarte im Video ein, wo ich euch bewiesen habe, dass meine Arme größer als 50 cm sind. Denn da haben schon viele Leute auch schon unter meinen YouTube-Videos geschrieben. Als ob der sich jetzt hier so rechtfertigt, ne? Braucht der doch gar nicht. Der hat seine eigene Community, seine eigenen Fans, seine Naturalkommunity, Leute. Der muss sich nicht rechtfertigen. Für wen denn? Dass ich lüge, dass es nicht stimmt. Dementsprechend schaut euch einfach hier oben das YouTube-Video an. Jetzt ansonsten, natürlich das Thema Brust wurde oft aufgegriffen. Oftmals werde ich darüber fertig gemacht. Aber hier blende ich euch natürlich auch mal meinen letzten Post auf Instagram ein. Da könnt ihr alle mal gerne durch die Kommentare durchscrollen und schauen, was die Community sagt. Und die sagen alle, krass, meine Brust habe ich gut verbessert. Wie sehr rechtfertigt. Und ich denke mal, ihr seht es ja auch im Video, dass die Brust auf jeden Fall deutlich, deutlich, deutlich besser geworden ist. Und es ist ganz, ganz normal. Jeder Mensch, jede Bodybuilder hat natürlich Muskelgruppen, die stärker sind. Bei mir halt eben die Beine, der Rücken mittlerweile auch sehr, sehr gut. Und dann natürlich auch Muskelgruppen, die halt eben schwächer sind. Wie bei mir zum Beispiel Brust, Schulter und noch so ein bisschen die Arme. Und klar, dass man auf den Muskelgruppen, gerade zum Beispiel der King Kalle, hat dann auch auf meinen Formcheck reagiert. Wo ich bei sehr, sehr ehrlichem Licht, ohne Pump, da stand und gepostet habe. Da ist natürlich klar, dass dann die Brust nicht wirklich einbruchsvoll aussieht. Gerade auch, wenn man dann ein Natural Bodybuilder ist, wo sowieso nicht so viel Muskulatur dran ist. Da kann ich das schon verstehen. Aber da möchte ich euch alle bitten, hakt da nicht so auf mir rum, dass ich eine schlechte Brust habe. Denn es sind immer zwei verschiedene Welten, gerade bei mir zum Beispiel morgens, schlechtes Licht, kein Pump, nüchtern. Sieht die Brust natürlich logischerweise nicht gut aus, weil sie halt eben noch meine Schwachstelle ist. Aber dann, wenn ich im Fitnessstudio bin, der Pump ordentlich knallt, dann sieht man auf jeden Fall, alles klar, die Brust ist dann doch nicht so schlecht, wie man denkt. Ja, bleh, Digga, gutes Licht und Pump, ich bin immer so einer, wenn ich zum Beispiel Check-Ins bekomme von meinen Athleten, ich sage immer, stellt euch in Tageslicht, normales Licht, ehrliches Licht. Es bringt mir nichts, wenn ihr mir Bilder schickt vom Spiegel mit anabolem Licht auf 30 Sätzen Brustpump. Und das ist Verarsche, das juckt mich nicht, will ich nicht. Ich will ehrliche Fotos, ehrliche Check-Ins, keine Filter und so ein Schwachsinn. Und es ist auf jeden Fall auch mein Ziel in der Off-Season, jetzt auf jeden Fall dieses und auch nächstes Jahr die Schwachstellen, also die Brust in die Schultern anzugreifen. Und dann könnt ihr auf jeden Fall euch dann selber davon überzeugen, wie es dann bei der nächsten Wettkampfsaison aussieht. Da kann sich dann, wie gesagt, Kalle auch mal eine eigene Meinung darüber bilden, wenn er bis dahin das Thema Natural Bodybuilding verstanden hat, wovon ich noch nicht nur ganz sicher bin. Aber wir werden das auf jeden Fall dann in den nächsten Jahren sehen. Da erklärt der brustloseste Typ im ganzen Game, wie man Brust trainiert. Das sagt doch eigentlich alles. Dann hat Kalle auf jeden Fall noch gesagt, Boah, ich bin auf Kalles Antwort gespannt. Meint ihr, es kommt eine Antwort von Kalle? Erklärt mir der brustloseste Typ, wie man eine gute Brustmuskulatur aufbaut. Und da möchte ich auf jeden Fall sagen, Digga, das war so lustig von Kalle, der Spruch. Und ist deine Herangehensweise, vertrau mir, Bro, ich hab einen dicken Arm, weil... Ja, normal, das ist Kalle, Digga, der kennt nur diesen Style. Das ist nicht mehr, sagen wir mal so, Zahn der Zeit, denn 2014, 2015 in den OG-Zeiten, da hat es auf jeden Fall noch gezogen, wenn jemand einen dicken Ärmel gehabt hat und einfach irgendwas erzählt hat. Aber heutzutage sollte man dann schon sinnvoll erklären, warum man jetzt zum Beispiel die Negative verlangsamt oder... Dass es hier langsam wird, ist halt hier wie Deutschrap, ne? Mit so, einer macht einen Disstrack, dann kommt die Antwort, dann kommt wieder die zweite Antwort. Oder diese oder jene Übung ausführt oder halt eben sein Training so durchplant, dass er eben die... Ich hoffe, Kalle springt nicht auf den Zug. Onkel, Timeout, sofort Timeout. Wie kannst du, Linditschka, verzichtest du auf so ein Entertainment? Willst du mich verarschen? Willst du lieber ein paar Unterleitner-Kamilla-Vlogs reinziehen hier bei mir im Stream? Das wäre doch, stell dir mal vor, wir sind Mittwoch im Stream und da kommt gerade Kalles Antwort. Das wird der beste Stream ever. Linditschka, denk doch mal nach, schalt doch mal deine Gehirnzellen ein. Wenn der Fokus genommen wird, das macht eben heutzutage viel mehr Sinn zusätzlich. Wenn man dann auch Studien einschiebt, dann ist es auf jeden Fall eine qualifizierte Antwort, die auf jeden Fall vielen Leuten weiterhilft. Das habe ich nämlich auch gemacht. Ich habe, klar, meine Schwachstelle, die Brust auf jeden Fall schon gut verbessert. Die Tipps sind auf jeden Fall auch nach außen gegeben, weiter in meine Community. Und viele von euch schreiben auch täglich unter viele Reels, Kai, danke, dass du mir geholfen hast. Kai Ehrenmann. Die Brustübung war richtig krass, gerade auch bei City the Chest Press. Könnt ihr gerne alles nachschauen. Habe ich schon sehr, sehr vielen Leuten weitergeholfen. Und wenn ich für mich kleine Punkte herausfinde, die meine Brustmuskulatur verbessern, dann ist es doch auf jeden Fall nicht verwerflich, dass ich das offen an meine Community teile und dir dann auch noch weiterhelfe. Also da verstehe ich auf jeden Fall nicht. Kalles ist ein Punkt, da sinnlos auf mir rumzuhacken, nur um ja offensichtlich Klicks zu machen. Also anders kann ich das irgendwie nicht verstehen. Meine Empfehlung im Rocker-Shop, ihr kennt es. Ist auf jeden Fall die Rice Cream im Rice Cream Set. Dann spart ihr 20%. Und wir haben noch gerade eine Sonderaktion laufen, denn bei einem Warnwert ab 100 Euro bekommt ihr noch eine Dose once a day kostenlos dazu. Das Vitamin D3, K2, Omega 3 und... Bald's Halloween, Freunde. Denkt an eure Kosten. Und an dieser Stelle gibt es eine ganz kurze Werbeunterbrechung. Falls ihr mich supporten möchtet, Freunde, besucht auf jeden Fall ESM.com, denn dort sichert ihr euch mit dem Rabattcode William immer den besten Deal. Unter anderem beispielsweise auf ein leckeres Designer-Wave-Protein. Und schaut auch unbedingt auf OACE vorbei. Da findet ihr beispielsweise dieses wunderschöne Tanktop und auch andere geile Klamotten, die ihr auch im Alltag anwenden könnt. Ebenfalls Rabattcode William. Alle Links immer in der Videobeschreibung. Und weiter geht's mit dem Video. Ich bin mit 12 enthalten. Also alles, was ihr mehr oder weniger braucht, um eure Gesundheit zu unterstützen. Dementsprechend schlagt auf jeden Fall zu. Mit dem Code Kai gibt es hier nochmal einen fetten Rabatt von 10%. Ab in den Rocker-Shop. Gönnt euch jetzt geht's weiter mit dem Video. Dann hat er auf jeden Fall auch noch gesagt, dass er sich für mich absolut nicht interessiert und demnach natürlich auch nicht meine Form bewerten kann. Das kann ich auf jeden Fall... Bruder, der ist schon so in Roid-Rage hier, in Rage, dass der hier schon am Schwitzen ist unter dem nicht vorhandenen Brustmuskel. Nachvollziehen. Aber warum machst du dein YouTube-Video darüber, wenn du offensichtlich keine Ahnung von mir hast, keine Ahnung hast, was ich mache, und erzählst einfach dann irgendwas. Ich gehe auch nicht her, ruf bei ihm eine Maske an und sage, hey, bau mal so und so deine Raketen, obwohl ich gar keine Ahnung davon habe. Also das kann ich absolut gar nicht verstehen. Problem ist halt nur, wenn ich dann anfange mit Wettkämpfen und ich glaube zu wissen, dass er schon mal bei einem Amateur-Olympia war oder so. Ich weiß nicht, warum man das macht, warum man da hingeht, warum es das überhaupt gibt. Und dann hast du natürlich auch noch über Natural-Wettkämpfe gesprochen, und zwar über die Natural-Olympia, dass du es auch nicht verstehen kannst, warum es sowas gibt, warum sowas stattfindet. Und auch nochmal hier, Natural-Bodybuilding und unterstütztes Bodybuilding sind halt eben zwei verschiedene Welten. Und klar, dass es für diese zwei verschiedene Welten auch unterschiedliche Wettkämpfe gibt. Und ich denke, das sollte man auf jeden Fall respektieren. Weil die haben ja alle ganz andere Zielsetzungen heutzutage. Die wollen ja alle gar nicht so groß werden. Denn du hast im Nachgang auch noch gesagt, dass eben die Jugend von heute andere Ziele hat und nicht zu schwer werden möchte. Und auch hier, ja, möchten wir nicht, denn wir haben andere Ziele. Besonders ich habe mich für das Natural-Bodybuilding entschieden, weil ich halt eben nicht mit meiner Gesundheit den Preis zahlen möchte, wenn ich halt eben Steroide... Richtig geile Couch hat der auf jeden Fall. Das finde ich auch sehr, sehr... Hier mit diesen Dingen habe ich auch, kannst du rausfahren, Knöpfe und USB-Sticker ist drunter. Richtig Punkt, gerade in der heutigen Zeit, wo es halt eben das Thema Training und auch Bodybuilding immer mehr in Richtung Jugend teilweise 14, 13-Jährige bekommt. 14. Und wenn man die quasi dann zu bombardiert mit, du musst schwer werden, du musst stoppen, du musst ja alles geben. Ja, dann kommt dabei so ein Vadim oder so ein Milan auf die raus. Ist doch geil, Alter. Richtige Bodybuilder. Da finde ich das extrem... Und wenn du denen das Gegenteil nennst, dann kommt da so ein Moritz, wettes Kind. Versteht ihr? Verwerflich, denn gerade so einen jungen Körper, der ist noch mitten in seiner Entwicklung und den sollte man gerade von solchen Substanzen weghalten. Denn eine Sache ist wirklich das Wichtigste und das ist auf jeden Fall die Gesundheit. Ich merke es bei mir auch so langsam... Rühl Prime Safe. Um 30 gehe ich zu und merke schon, okay, man macht sich immer so ein bisschen mehr Gedanken über die Gesundheit und so. Vielleicht ist es bei dir auch ein Thema, Kalle, dass jetzt quasi dein Sterilkonsum von früher so ein bisschen Auswirkungen zeigt. Und demnach denke ich eigentlich, dass du so ein bisschen neidisch auf mich bist. Boah, Schatz feiert jetzt aber richtig von Kai. Und eigentlich auch den Sport früher gerne natural gemacht hättest, um halt eben jetzt nicht den Preis mit deiner Gesundheit zu zahlen. Also das ist eigentlich so das, was ich da rauslesen kann. Boah, habt ihr gehört? Er ist neidisch. Kalle ist neidisch auf Kai Gedan. Und das ist doch mal ein wunderschönes Standbild. Der triumphierte Sieger des Beefs. Aber denkt dran, Kai. Wer zuletzt lacht, lacht am besten. Ich glaube, es wird Zeit für den Kalbach-Anruf. Ich glaube, es wird Zeit, King Kalle zu kontaktieren. Freunde. Wir müssen jetzt, wir machen jetzt, wir stiften jetzt hier richtig an. Wir werden jetzt hier richtig noch Salz in die Wunde feuern. So, Kai Bach, anrufen, Lautsprecher. Bitte geht ran, Kalle, bitte. Bitte, bitte. Bitte, Kalle, bitte. Komm schon. Bitte. Hallo, hier ist die Mobiltele. Mann. Nochmal. Der muss dran gehen. Das ist wichtig. Hallo. Mädchen. Kommst du bei dir Telefon? Freundchen. Wichtig anruf. Hallo, hier ist die Mobiltele. Scheiße. Naja, vielleicht ruft er ja gleich zurück, Freunde. Ich werde ihn auf jeden Fall, werde ich Kalbach noch so richtig reinfeuern, damit er, ich sage, ey, hast du gehört? Hast du gehört, was der gesagt hat über dich? Du bist neidisch auf ihn. Mein Name ist Dion hier auf YouTube und natürlich auch auf anderen Social Media Kanälen ist es auf jeden Fall den Jugendlichen Kalle ist schon auf dem Weg dahin. Der will ihn abmoxen. Zu zeigen, was alles geht ohne Steroidekonsum. So viele Leute haben mir nämlich schon geschrieben, dass ich niemals natural bin, weil ich einfach so eine krasse Form zum Beispiel in der Wettkampfgabe hatte und halt eben den Leuten da schon mehr oder weniger Bevisen hat, wie weit man es eben schaffen kann, auch wenn man keine Steroide nimmt. Das macht zum Beispiel Patrick Teutsch auch. Und Sepp, Daniel Kubik, die zeigen es auch extrem krass, wie heftig man aussehen kann, auch ohne Steroidekonsum, auch ohne deine Gesundheit extrem krass aufs Spiel zu setzen. Ja, aber das ist natürlich ein Bruchteil der Menschen. Wenn man jung und jugendlich ist, dann ist einem die Gesundheit scheißegal. Ich weiß auch, wie es bei mir war mit 20, 21, 22. Da macht man sich darüber keine Gedanken. Aber wenn man dann so ein bisschen älter wird, dann fängt natürlich da oben sich ein bisschen was an zu drehen, weil man sich natürlich auch denkt, okay, ich möchte auch noch mit 50 fit sein. Dementsprechend finde ich es umso wichtiger, dass es eben auch für Leute gibt, wie mich zum Beispiel, die halt eben zeigen, was natural, ohne Steroide, ohne seine Gesundheit sinnlos aufs Spiel zu setzen möglich ist, um halt eben den Jugendlichen zu zeigen, hey, schau mal. Gleich Nachricht von Kalle. Alles gut, hab's schon erledigt. Du musst nicht Steroide nehmen, um krass auszusehen. Dementsprechend glaube ich auch, dass der Kalle so ein bisschen neidisch ist und wirklich im Herzen eigentlich... Danke für die Bits, Schelle 91. ... auch schon immer ein Naturalbodybuilder war. Dann hat Heiko auch gesagt, dass es nicht nachvollziehen kann, beziehungsweise für Tat, er selber so ein bisschen zu vernagelt ist, um es zu verstehen. Lundi 3090 abonniert, vielen lieben Dank. Nillian AgroStream, ja nochmal besser als sonst, bitte jetzt immer auf Road Rage. Alles klar. Wie solche Typen, die zum Beispiel ich so beliebt sind, ja logischerweise, weil wir halt eben unsere Community genau das geben, was wir halt eben wollen, und zwar Tipps... Wichtige Werte vermittelt er, nicht so wie du, Heiko. ... wie dann eben ihre Probleme lösen, wie sie halt eben effektiv Muskulatur aufbauen, und das sieht man bei mir, denke ich, mal relativ gut an meinen Reels, da zeige ich immer, kurz und knackig, auf welche Punkte man achten sollte, auf was man achten sollte, um zum Beispiel die Brustmuskulatur zu verbessern, und viele, viele Leute haben die Tipps schon angewendet, haben damit Fortschritte erzielt, und sind dann dementsprechend auch gefolgt, feiern mich, und finde es natürlich cool, was ich mache. Und ich denke mal, daran sieht man dann natürlich logischerweise, warum eine oder andere Personen beliebter sind als andere, weil sie halt eben zum Beispiel was Positives vermitteln, oder halt eben richtig gute Tipps herausgeben, die sie sonst von anderen Leuten nicht bekommen, die zum Beispiel einfach nur sich Videos anschauen, und dann noch anderen Leuten drauf rumhängen. Kompletter Freizeitsport, und deswegen hat er auch bei der Brustübung, die ihr hier gerade zeigt, so eine scheiß Brust, weil die gar nicht die Eier haben, und dann verzerren sie das Gesicht, und tun, als ob sie sonst was bewegt haben, und hat mir einen halben scheiß Ton drauf. Da wurde sich auf jeden Fall noch drüber lustig gemacht, dass ich nicht hart trainiere, und zum Beispiel nur den halben Turm, bei Butterflies benutze, und deswegen eine schlechte Brust habe, aber gerade du als Bodybuilder solltest doch wissen, dass Gewicht nur ein Tool ist, und dass es darauf ankommt, richtig schön die Ziermuskulatur zu treffen, schön aufzudehnen, und dann halt eben schön die Muskulatur zu treffen. Ja, ich bin ein Natural Bodybuilder, ich weiß natürlich nicht, wie sich das verhält, wenn man Steroide nimmt, da kannst du... Da machst du Fullstack jede Übung. ...mich dann auf jeden Fall aufklären, ob man natürlich auch sinnlos dumm rum trainieren kann, schwer und falsch trainieren kann. Normal, Junge, was denkst du denn? Wenn es dann auch funktioniert, ich auf jeden Fall sehe es täglich, dass es im Natural Bodybuilding, und natürlich auch zum Beispiel, wie bei Leuten wie Irrs, gut funktioniert, wenn man richtig schön die Ziermuskulatur trainiert, eine gute Technik hat, anstatt es sinnlos drauf... Nur den einen Türen. L4-Jub, danke dir fürs Abo. ...um zu bolzen, nur um zum Beispiel jetzt den Fullstack zu bewegen. Ich habe Irrs einfach mit dem Y ausgesprochen. Irrs. Als Fazit möchte ich noch so... Aber Kai, das machst du doch immer. Klar, ich kann auf jeden Fall den Spaß verstehen, ich kann auf jeden Fall auch von William verstehen, dass er sich da regelmäßig über mich, über meine Game Changer, über meine effektiven Tipps, über meine schwache Brustmuskulatur... Kai, sehr stark, dass du wenigstens das... Weil der Humor von Kalle und von mir ist schon natürlich ein Unterschied, ne? Sehr stark, dass du übrigens das, dass du das selber... Dass du das selber lustig mit Humor aufnimmst. Finde ich, das zeigt von Größe, mein Lieber. Aber, ich komme gleich zum Fazit des Videos. ...lustig macht und findest das Ganze auf jeden Fall auch lustig. Nur der Spaß hört halt eben dann auf, wenn es auch noch Leute anfangen zu glauben und auch wirklich tatkräftig in so einer Meinung dahinterstehen. Und das habe ich traurigerweise dann auch in den Kommentaren bei Kalle und auch bei William gesehen, dass da Leute wirklich fest überzeugt sind. Das weiß ich nicht, weil ich habe die Kommentare noch nicht gelesen. Das sieht man halt eben so ein bisschen die Schattenseite von Social Media, dass man eben Leute beeinflussen kann, Leute halt eben Sachen in den Mund legen kann und dies dann auch wirklich weiter vertreiben, weiter aussprechen und an die ganze Sache dann auch wirklich glauben, obwohl da eben offensichtlich nichts dran ist. Ich kann auf jeden Fall den ganzen Spaß verstehen, wollte aber natürlich mit diesem Video so ein bisschen Klarheit schaffen. Ja, wenn dann Leute kommentieren, der hat keine Brust, ist doch scheiß drauf, Kaja, ohne Witz. So ein bisschen aufklären, was teilweise wirklich für unnötige, für gar nicht richtige Sachen verbreitet würden und ich kann noch eins sagen zum Abschied, glaube ich wirklich, dass Heiko im tiefsten Herzen Natural Bodybuilder ist. Das war es mit dem YouTube-Video. Lasst mir auf jeden Fall ein... Mittlerweile schon. ...ein Like und ein Abo da und ansonsten schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr davon haltet, wie ihr so ein YouTube-Video-Style findet und dann wird sowas gleich... Wisst ihr, warum schade? Weil er nicht auf die Thematik eingegangen ist, wo er gesagt hat, ich zitiere nochmal Kalle, das einzig, was Interessante oder so in dem Video war, ist der Arsch von seiner Alten oder von dem Mädel da im Hintergrund und das war Leonie. Hätte das ein 50-Jähriger über meine Freundin gesagt, dann wäre das Video eine Minute lang. Eine Minute lang, mir wäre alles egal, einfach gesagt, ich wäre nur darauf eingegangen. ...häufiger formal umgesetzt, vielleicht gibt es noch den einen oder anderen, der sich über spezielle Sachen im Natural Bodybuilding oder über mich negativ äußert, dann kann ich da nochmal genau drauf eingehen. Ansonsten wünsche ich euch auf jeden Fall einen schönen Tag, ich bin raus, euer Prallus Gedanus. Ciao. Prallus Gedanus. Ja, Freunde. Also, als erstes stark, er nimmt teilweise viele Sachen mit Humor auf, finde ich sehr stark. Die Rechtfertigungen, also wenn ich an keine Stelle wäre, ich würde mich überhaupt nicht rechtfertigen. Wofür denn? Vielen, vielen lieben Dank fürs Zuschauen, Freunde und falls ihr mich supporten möchtet, schaut auf jeden Fall bei esen.com vorbei mit Rabatt von William, sichert ihr euch wie immer den allerbesten Deal, beispielsweise auf ein leckeres Isoclear. Aktuell trinke ich sehr gerne im Sommer den Raspberry-Geschmack. Gebt mir noch zwei Wochen, Punkt.com ist jetzt online, da könnt ihr euch aktuell drei verschiedene geile Designs sichern. Alle Links wie immer in der Videobeschreibung und falls ihr auf der Straße oder im Gym den Dicken machen wollt, schaut unbedingt bei oace.com ab, denn dort habt ihr auch immer den besten Deal mit Rabattcode William. Da gibt es zum Beispiel diese wunderschönen Tank-Tops, womit ihr wirklich im Gym aussieht wie eine brutale Maschine. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Schaut auf jeden Fall auch dreimal die Woche bei Twitch vorbei um 20.30 Uhr, Montag, Mittwoch, Freitag sind wir online. Alle Links in der Videobeschreibung. Vielen lieben Dank und bis zum nächsten Mal.